Musik Einen wunderschönen guten Abend. Hier sind die Honigmann Nachrichten vom 10. Oktober 2013 mit der Nummer 196. Das Wetter lässt heute etwas zu wünschen übrig. Es regnet aus allen Kanten. Nachdem der Frost durch ist, kann jetzt natürlich nichts mehr schön gedeihen. Die Triebspitzen sind erfroren, aber was soll's. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Kanada Die kanadischen Gesundheitsbehörden haben jüngst 10 homopathische Grippeimpfungen zugelassen. Sie ergänzen eine wachsende Liste an homopathischen Impfstoffen, die in Kanada erhältlich sind. Es ist darum geradezu selbstverständlich, dass die Entscheidung der Zulassung der homopathischen Präparate seitens der kanadischen Gesundheitsbehörden den entsprechenden Protest der Pro-Pharma-Lobby hervorgerufen hat. Die Skeptiker und Quackbuster, allen voran Lloyd Oppel als Kanadas führenden Oberwächter gegen medizinische Schalantanerie, Vorsitzender der British Columbia Medical Association für Gesundheitsvorsorge, haben den Kampf aufgenommen. Die meisten glauben, dass die hierzulande gesammelten Altkleiderspenden direkt in die Katastrophengebiete der Welt gehen. Was sie nicht wissen, der größte Teil der gespendeten Begleitungen wird weiterverkauft zum Kilopreis. Einige Hilfsorganisationen platzieren oft nur ihr Logo auf den Sammelcontainern von Altkleiderfirmen. Ein geringer Teil der Kleidung wird direkt in Deutschland an Bedürftige ausgegeben. Die besten noch brauchbaren Sachen gehen nach Osteuropa, in die arabischen Staaten. 60% nach Afrika. Was passiert dort mit den Altkleidern? Nicht nur deutsche Firmen und einige große Hilfsorganisationen verdienen gut an den Kleiderspenden. Auch für viele Händler in Afrika sind Altkleiderspenden ein lukratives Geschäft. Selbst die Ärmsten der Armen müssen dafür bezahlen. Die Billigkleider überschwemmen die Märkte des Landes, zwingen die afrikanische Textilbranche in die Knie. Empörte sich marialordesblog.com Und darüber rege ich mich schon lange auf. Wenn ich Altkleidung habe, die nicht mehr getragen wird, aber noch gut in Schuss ist, wie es ja allgemein so ist, reiche ich die Liebe erstmal in Familien weiter, die wirklich hilfebedürftig sind und die können sich dann aussuchen, was sie brauchen. Bei mir landet eigentlich niemals was im Altkleidercontainer. Fukushima Der deutsche Physiker Sebastian Pflugbeil hält die Situation in Fukushima für äußerst kritisch. Er sagte deutschewirtschaftsnachrichten.de Die Menschheit könnte bei scheitern der Versuche, die gebrauchten Brennelemente des KKW Fukushima zu bergen, in einer bisher nicht gekannten Weise durch Strahlen geschädigt werden. Pflugbeil glaubt zwar nicht, dass die Menschheit durch eine weitere Katastrophe in Fukushima ausgelöscht wird. Die Menschheit ist sehr robust. Aha! Doch er ist sehr pessimistisch über die Möglichkeiten, dass die Lage noch unter Kontrolle gebracht werden kann. Ich glaube, wir können alle nur hoffen und beten, dass sie unter Kontrolle gebracht wird. Was der Menschheit dann blüht, möchte ich nicht wissen. Japan, Finnland, Deutschland Überprüft wurden beim ersten PIAG-Test das Wissen der 16- bis 65-Jährigen in 24 Industrienationen. Während die Deutschen nur durchschnittlich abschneiden, was traurig, mehr als traurig ist, erreichen die Erwachsenen in Japan und Finnland im Lesen und Rechnen Spitzenwerte. Im Schnitt haben Japaner und Finnen gegenüber Gleichaltrigen in Deutschland einen Kompetenzvorsprung, der einer Lernleistung von 4 bis 5 Schuljahren entspricht, heißt es in der Studie berichtetehandelsblatt.com. Es ist ja alles gewollt, dass die Schüler hier nichts mehr lernen. Hauptsache Sexualunterricht in der 3. und 4. Klasse, wenn nicht sogar noch früher. Damaskus, Washington Dienstag würdigte der Chef des State Department überschwänglich die Führung des lange dämonisierten Landes. Der Prozess der Zerstörung des Giftgasarsenals habe in Rekordzeit begonnen, stellte Kerry ohne Not fest. Damaskus halte sich an die Abmachungen. Es sei ein guter Anfang, dass nur eine Woche nach Verabschiedung der entsprechenden UN-Resolution die ersten Chemiewaffen zerstört worden seien, stand bei german.ruvr.ru. Afghanistan Afghanistan ist als Drogenanbau- und Exportgebiet weltweit die Nummer 1. Dem US-Militär wurde offiziell die Aufgabe übertragen, die afghanischen Mohnfelder, auf denen das Opium angebaut wird, zu bewachen. Damit soll eine milliardenschwere Industrie schützt werden, an der Wall Street, CIA, MI6 und andere Interessen ganz enorm verdienen. Die westlichen Geheimdienste haben in den vergangenen Jahren kräftig mitgemischt. Beim Drogenhandel, im Terrorismus, in Kreisen der organisierten Kriminalität, unterrichtete lubukativoblog.com. Moskau, Afghanistan Während Kontingente der internationalen ISAF-Truppe aus Afghanistan schrittweise abziehen, hacken VSA, also die Vereinigten Staaten von Amerika und einige andere NATO-Mitgliedsländer, Pläne weitere Präsenz aus. Einigen Angaben zufolge werden in Afghanistan bereits neun Stützpunkte gebaut, sagte Lavrov am Dienstag in einem Interview des englischsprachigen TV-Senders Russia Today. Wir fragen, welche Ziele durch diese Präsenz nach dem Truppenabzug verfolgt werden. Die Antwort lautet, dies sei für Bildungszwecke und im Fall der Fälle für Präzisionsoperationen nötig. Die Sache ist völlig intransparent, zitierte de.rian.ru. Denn Pasa, Vladimir Putin hält es für realistisch, dass Russland und Japan den längst angestrebten Friedensvertrag endlich abschließen. Die ökonomische Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten schaffe gute Voraussetzungen dafür, dass wir von einem Friedensvertrag nicht nur träumen, sondern auch daran praktisch arbeiten, sagte der russische Präsident am Dienstag am Rande des Gipfels der asiatisch-pazifischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Denpasar in Indonesien. Ich denke, das ist durchaus möglich. Er rief auf, kein Feindbild, sondern ein Freundbild voneinander zu schaffen, vermittelte.politeia.org. Und in dem Zusammenhang noch alle guten Wünsche für Herrn Putin, der am 7.61 Jahre alt geworden ist, eine diplomatische Waage hält. Washington. Die sogenannte Fiskalkliff ist eine festgelegte Obergrenze für US-Staatsschulden. Diese beträgt 16,7 Billionen Dollar. Dieses Volumen ist ausgeschöpft. Die Obama-Regierung hält sich nur noch mit Buchungstricks über Wasser, war krisenfrei.wordpress.com klar. Washington, New York. Die Wall Street hat den US-Präsident Barack Obama verlangt, die Wiedereinsetzung des Glass-Steagall-Trendbankensystems um jeden Preis zu stoppen, stattdessen den Diebstahl an der amerikanischen Bevölkerung durch weitere Rettungspakete, also Bail-out, und Bankenabwicklung durch Kontenplünderung, Bail-in, fortzusetzen, um ihr vollkommen Bankrotte-System zu retten. Diese Politik wird die Hyperinflation mit ihren lebenden Folgen und verheerende Sparmaßnahmen noch weiter beschleunigen, was letztlich Massenmord an den schwächsten Gliedern der Gesellschaft bedeutet, warnte Wüso.de. VSA. Welt. Wer das Recht hat, zur Zinszahlung verpflichtendes Schuldgeld zu erzeugen, wird alles versuchen, um sich seine Herrschaft über die ihm dienende Schuldnerschaft zu erhalten. Da die Ausweitung der Verschuldung des privaten Bereichs seine natürlichen Grenzen erreicht bzw. überschritten hat, bleibt als Betätigungsfeld für die Anwendung der Verschuldungs- und Abhängigkeitsstrategie der öffentliche Bereich, wo sich insbesondere finanznotleitende Staaten als Objekte der Begierde anbieten, deren natürliche Verschuldungsgrenzen in der Regel schwer zu definieren sind. Erläuterte goldseitenblog.com EU. Nochmal deutschewirtschaftsnachrichten.de In der Zeit von 2007 bis 2013 flossen 347 Milliarden Euro über die sogenannten EU-Regionalfonds in die verschiedenen Mitgliedsländer. Doch die Gelder werden nicht immer für das genutzt, wofür sie zur Verfügung gestellt wurden. Es ging um ein Straßenprojekt in Süditalien, in Kalabrien. Teile der A3 sollten repariert und erweitert werden. Allerdings landeten die EU-Gelder in der Tasche der Mafia, sagte Johannes Hahn, EU-Kommissar für Regionalbeihilfen, dem EU-Observer. Europa, das ganze Geld verschwindet immer irgendwo herrlich. Müsst ihr mal die Spur kennen. Europa, was bedeutet eigentlich Heimat? Was Heimat bedeutet, wirst du erkennen, wenn du keine mehr hast. Was bedeutet dir deine christliche Kultur? Du wirst sie bitter vermissen, wenn du erst einmal als Christ in einer fremden, nicht-christlichen Kultur leben musst. Was bedeutet dir dein Volk? Du wirst schmerzlich erkennen, dass du nichts bist ohne dein Volk. Jede einzelne Nation, jedes einzelne Volk Europas ist von seiner unmittelbaren Auslöschung bedroht. Wacht auf, ihr Menschen und Völker Europas, wenn ihr leben wollt. Forderte brd-schwindel.org auf. Und wir auch. Brüssel Kurz von stasiw.wordpress.com Die EU kündigt derzeit für jeden offen einsehbar an, die Grundfreiheiten der Bürger künftig einschränken zu wollen. Entsprechende Pläne wurden jetzt veröffentlicht. Die freie Meinungsäußerung wird es dann nicht mehr geben. Merkwürdigerweise regt sich kein Widerstand dagegen. Ja, weil die Leute alle flach gehalten werden. Sie sollen nichts wissen. Lampedusa Jesuitenpapst Franziskus I. fuhr nach Lampedusa Um für schiffbrüchige muslimische Zuwanderer eine unchristliche Messe zu halten. Ohne den Namen Jesus zu erwähnen. Unglaublich für euro-med.dk Er hat uns Europäer gescholten, dass wir nicht alle Muslime aufnehmen, die sich bei uns niederlassen wollen. Alles klar? Wohin die Reise geht? Nochmal Europa. Der Krieg der Muslime gegen die Europäer hat nur zwei mögliche Ausgänge. Es gewinnen die Europäer, was sehr unwahrscheinlich ist, da die Europäer nicht geschlossen zusammenstehen. Der Islam wird verboten. Der Schaden, der anschließend zu bewältigen ist, wird sehr hoch sein, da die Muslime nicht das Land freiwillig verlassen werden. Wenn die Muslime gewinnen, dann ersetzt zuerst die Scharia die demokratische Rechtsprechung und wird der Anfang eines neuen Europas. Bitte weiterlesen bei indexexburgatorius.wordpress.com Schwieriges Wort. Deutschland. Zwar ist der Kommunismus tot, doch sind die Kommunisten lebendiger denn je. Einer wurde Außenminister, ein anderer vor kurzem Ministerpräser Baden-Württembergs. Ein weiterer wird gar als zukünftiger Bundeskanzler gehandelt. Allen ist eines gemeinsam. Sie arbeiten unvermindert mit großem Erfolg daran, Deutschland abzuschaffen. Joschka Fischer, Winfried Kretschmann, Jürgen Trittin und Co. Die Grünen sind vollständig von Radikalkommunisten unterwandert, schrieb wahrheitsgetreu michael-mannheimer.info BRID Nochmal ganz kurz stasew.wordpress.com Nun ist es ergänzend amtlich. Auch die Partei Die Linke ist als Firma im weltgrößten Firmenregister DUNS gelistet. Und nicht nur die. Da gibt es Allerhandlisten zur Zeit, die man sich sogar runterladen kann und ausdrucken kann. Man kann es jedem zeigen. Nochmal BRID 90% der Libanesen kriegen Hartz IV Zahlen, die erschrecken. Ausländische Mitbürger und diese Statistik der Bundesagentur für Arbeit erfasst nur die ohne deutschen Pass. Bekommen im Schnitt mehr als doppelt so oft Hartz IV als deutsche. Das sind nur die, die keinen deutschen Pass haben. Bei Ausländern mit Pass ist die Quote noch einmal so hoch. Das möchten die Gutmenschen nicht sehen. Im Gegenteil, sie möchten, dass noch mehr Ausländer zu uns kommen. Nach Berechnung des Statistischen Bundesamtes wurden seit dem Jahr 2000 mehr als 12 Milliarden Euro an Asylanten verschleudert. Und wir leben hier alle an der Armutsgrenze. Ca. 6,85 Millionen Hartz IV Empfänger gibt es in Deutschland. Wie viele davon sind Ausländer? Ca. 6 Millionen bei ca. 12 Millionen Ausländern. Meine Güte, gute Quote, dann ist doch tatsächlich jeder Zweite am Arbeiten, meinte mit trauriger Ironie dwdpress.wordpress.com Berlin In Deutschland gibt es laut einer Studie der Universität Hamburg 7,5 Millionen Analphabeten. Bisher wurde ihre Zahl auf 4 Millionen geschätzt. Das ist eine Größenordnung, die keine Nische darstellt, sagte Bundesbildungsministerin Annette Schawan bei der Vorstellung der Leo Level 1 Studie. Diese Lese- und Schreibfähigkeiten von Erwachsenen untersucht hat, so taz.de 2011. Wieder BRID Worum geht es in der Schule? Lassen wir jemanden zu Wort kommen, der sich damit auskennen muss. Hier geht es darum, was ist für die Kinder und Jugendlichen eigentlich das Beste? Wie kommen sie zu ihrer Bildung, wie werden sie zu Staatsbürgern? Denn das ist ja auch das Ziel unserer Beschulung, dass ich ein gebildeter Mensch bin, der aber auch seine Staatsbürgerpflichten erfüllen kann. Dazu brauche ich entsprechende Verhaltensweisen. Die lerne ich nicht nur explizit durch Wissen, sondern die lerne ich auch implizit, indem ich, ich sage mal, einen Staat im Kleinen, nämlich in der Schule, übe. Das sagen nicht wir von freiwillig.info, sondern Anita Hoffmann, die Leiterin des staatlichen Schulamtes, welches Amt, für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Werra-Meißner-Kreis öffentlich im Fernsehen. Also ich glaube, die Lehrer haben sie auch schon alle irgendwo in eine Schachtel gesteckt. Pinneberg Während Millionen von Hartz-IV-Betroffenen am Ende des Monats nicht wissen, wie sie sich und ihre Kinder von dem geringen Regelsatz ernähren können, wird das Geld andernorts geräutet zu verprasst. Der Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler, Rainer Kersten, zweifelte an der Wirtschaftlichkeit des Shop-Centers in Pinneberg. Dort nämlich hat man sich einen neuen Fuhrpark gegönnt. Gleich fünf funknagelneue Mercedes-Kombi nennt die Behörde seit Juni dieses Jahres ihr eigen. Empörte sich gegen-harz.de Der Sprecher des Shop-Centers, Jörg Kregel, beschwichtigte, die Fahrzeuge habe die Behörde zu günstigen Konditionen halten. Laut des Sprechers werden die Fahrzeuge beispielsweise für den Ermittlungsdienst genutzt. Das sind diejenigen Shop-Centermitarbeiter, die sogenannte Hausbesuche abstatten, um vermeintlichen Leistungsbetrug aufzudecken. Wer hier betrügt, das ist immer noch die große Frage. Wer hier wen vor allen Dingen betrügt? BRID zum Letzten Viel Geld weckt Begehrlichkeiten. Knapp 300 Milliarden Euro werden pro Jahr im deutschen Gesundheitswesen ausgegeben. Da verwundert kaum, dass einige der 4,5 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen mehr davon wollen, als sie auf legalem Weg bekommen. Schätzungen von Justiz und Krankenkassen zufolge versickern 15 Milliarden Euro durch Betrug bei Ärzten, Apothekern, Klinik- und Pflegedienstleitern. Das meiste Geld verlieren dabei die gesetzlichen Krankenkassen, also AOK, Techniker und Co. berichtete tagesspiegel.de Die gute Nachricht von Impuls4u.de Wenn du die Berührung mit der inneren Stille verlierst, verlierst du den Kontakt mit dir selbst. Wenn du den Kontakt mit dir selbst verlierst, verlierst du dich in der Welt. Das innerste Selbstgefühl, das Gefühl dessen, der du bist, ist untrennbar mit Stille verbunden. Das ist das Ich Bin. Das tiefer ist als Namen und Formen. Eckhard Tolle So, das war es mal wieder für heute. Ich wünsche allen einen angenehmen Abend. Bedanke mich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Und verbleibe eure Biene vom Honigmann. Und Tschüss. Das war es mal wieder für heute. Das war es mal wieder. Das war es mal wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017